Kennst du es, dass du beim Trading manchmal sehr emotional wirst, dass du keinen klaren Kopf hast, nicht wirklich weißt, was du da tust? Ich werde jetzt in dem heutigen Video darüber sprechen, wie du dir ein Umfeld schaffen kannst, in dem du klarere Entscheidungen im Trading treffen kannst, dich beim Trading automatisch viel besser und auch viel professioneller fühlen kannst. Weißt du, meine schlechtesten Trading-Tage, das waren immer die Tage, in denen ich viel zu spät aufgewacht bin, total hektisch an den Rechner gekommen bin, weder geduscht oder mich frisch gemacht habe, sondern einfach Rechner angemacht, Märkte aufgemacht und dann, ah komm, ja, hier sehe ich einen Trade, da sehe ich was, da sehe ich was, ohne mich richtig auf den Trading-Tag vorbereitet zu haben. So, ich komme im Stress an meinen Rechner und dann fange ich an zu traden. Das sind immer die Tage gewesen, in denen ich extrem viel Geld verloren habe. Der Punkt Stress, Umgebung, das hat alles von vorne bis hinten nicht gepasst. Und damit wir im Trading klare Entscheidungen treffen können, wirklich entspannt bleiben können am Arbeitsplatz, wirklich ganz in Ruhe beobachten können oder ganz genau wissen, was wir sehen wollen. Das sind die Tage, in denen es bei mir und bei unseren Kunden am besten funktioniert hat. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass jeder Tag so ist, dass du jeden Tag diese Selbstsicherheit hast, dich gut fühlst und klare Entscheidungen im Trading treffen kannst. Und da möchte ich mit dir über das Thema Selbstwahrnehmung sprechen. Wenn du am Markt bist, ungeduscht, ja, im Schlafanzug vielleicht noch, ja, und da versuchst dann zu traden und nicht mal auf den Trading-Tag vorbereitet zu sein, dann würde ich wirklich um Tausender wetten, dass es ein Verlusttag wird. Es sei denn, du hast wirklich extrem Glück. Also, warum sage ich das? Schau mal. Du bekommst ein ganz anderes Selbstbild, wenn du an einem aufgeräumten Arbeitsplatz sitzt, frisch geduscht bist, normal angezogen bist, ja, vorbereitet bist. Da fühlst du dich viel professioneller. Und in diesem Zustand kannst du dann klare Entscheidungen treffen können. Als Trader ist natürlich unser Job, unser Kapital zu schützen und es zu vermehren, aber es gibt eine Sache, ohne die beides nicht funktioniert. Wenn du nicht mental fit oder mental gesund bist, dann wirst du dein Kapital weder schützen noch vermehren können, denn im Trading hängen ja beide Sachen von unseren eigenen Entscheidungen ab. Wir können uns dafür entscheiden, wie viel wir riskieren. Wir können entscheiden, welchen Trade wir eingehen, wie wir den Trade managen. Wir haben alles selbst in der Hand. Und genau deswegen ist es verdammt wichtig, dass du hier oben wirklich gesund bist, dass du einen klaren Kopf hast. Und den bekommst du nur, wenn du dich auch selbst richtig als professionellen Trader wahrnimmst. Das heißt, in Zukunft komme niemals gestresst zu deinem Trading-Arbeitsplatz. Punkt Nummer 1. Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz auch wirklich aufgeräumt ist. Ja, also wie willst du einen klaren Kopf haben, klare Entscheidungen treffen können, wenn um dich herum alles messy ist, wenn um dich herum überall Sachen rumstehen. Es funktioniert nicht. Also ich habe das schon so oft bei Kunden oder auch bei mir selber gesehen, deswegen gebe ich dir hier diesen Impuls mit. Sorge dafür, dass du dich als richtigen, professionellen Trader wahrnimmst. Und das ist genauso auch die Aufteilung von deinen Bildschirmen. Wenn du überall da Charts rumfliegen hast, total unsauber alles auf deinem Bildschirm ist, dann hast du auch keinen klaren Kopf. Du hast kein klares Bild. Alles muss clean sein. Das ist das Motto und das Aller, Allerwichtigste. Das war ein kleiner Impuls, den ich dir hier mitgeben wollte. Damit du klare und saubere Entscheidungen treffen kannst, musst du dafür sorgen, dass deine Umgebung auch klar und sauber ist. Und bevor du anfängst zu traden, musst du immer eine Analyse machen. Das ist das Allerwichtigste. Das mache ich genauso. Immer bevor ich anfange zu traden, ich mache keinen einzigen Trade, wenn ich nicht analysiert habe. Und wenn ich zu spät gekommen bin, dann ist es halt so. Und wenn du aus irgendeinem Grund zu spät kommen solltest zum Trading, dann ist es halt so. Dann musst du schauen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Und wenn du zu spät kommst, machst du erst die Analyse, erst die Vorbereitung und dann fängst du an zu traden. Ich habe das mir auch angewöhnt. Wenn ich aus irgendeinem Grund zu spät zum Trading kommen sollte, vollkommen egal. Ich mache zuerst meine Analyse und dann fange ich an zu traden. So. Und natürlich, wenn du dich unsicher fühlst im Trading, wenn du nicht weißt, was du tust, dann hast du einfach noch nicht das nötige Wissen, was du brauchst, um im Trading erfolgreich zu sein. Dann hättest du das richtige Wissen. Würdest du wissen, was du tust und würdest du die Märkte verstehen und lesen können, dann würdest du doch jeden Monat Geld verdienen. Wenn dem nicht so ist, dann trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch auf www.knebel-trading.com Da kannst du mehr erfahren über eine Zusammenarbeit mit uns und wir können dich zu einem professionellen Trader ausbilden. Wir haben über 2000 Kunden, wir haben schon so vielen Menschen dabei geholfen, im Trading erfolgreich zu sein. Wir haben die meisten Kundenergebnisse und wenn du noch kein Geld im Trading verdienst, dann trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Ich hoffe, dass dir das heutige Video gefallen hat und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis bald.